hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer folge destiny wir haben heute hohen besuchen ja hoher besuch steht im haus wir dürfen heute dem sniper king beim spiel zu schauen der name hat programm ja sniper king sagt den namen schon und spielt zwar jetzt nicht mit der sniper er hat dabei das gewehr der fremden und die shot wir spielen wie gesagt destiny das ist die karte ufer der zeit der spielmodus wie gesehen habt ist kontrolle und weswegen wir das machen oder ich das mache destiny jetzt hüpfte erst daneben glaube ich ja zack also hübschen muss noch lernen wieder gefallen jawohl und weswegen wir das machen ich destiny ist nicht so meins also ich bin ich stehe mir auf die co die zeile da bin ich gut halo von mir aus bin ich gut bei jetzt halo fast das gleiche ist ja aber destiny muss man halt gespielt haben also es gehört dazu ist es ist ein neues geben es wird ziemlich gut gespielt die updates sind lange verfügbar so ich das mitgekriegt habe jetzt kommen dann neue karten raus erweiterungen sind schon draußen und wenn ich spiele dann eigentlich hauptsächlich wegen den erfolgen die erfolge lassen in dem game ein bisschen auf sich warten muss man halt wirklich viel machen level sammeln dass man die streiks schafft und das ganze gedönse und deswegen deswegen promenzen im haus macht es das neppchen heute für mich mal eine folge umzuschauen ja hat das was drauf hat das nicht drauf aber ich glaube das ergebnis spricht dann für sich selber und ich hoffe ihr habt viel spaß schaut euch an mich würde freuen wenn ein zwei kommentare kommen würden natürlich kein muss hat das gut gemacht hat das hat das nicht gut gemacht wie hat es euch gefallen und so weiter würde mich freuen wenn da ein kommentare kommen also schaut aus euch bitte bis zum schluss an die quote lässt sich sehen und ja was war noch aber nicht wenn ihr es euch natürlich nicht ganz anschauen wollt oder kein destiny spieler seid kein ding ist es okay spult vor bis zum schluss wenn ihr destiny spieler seid spricht die quote für sich und das lässt sich dann sehen hat gut gemacht glaube ich einen schönen gruß an dieser stelle in der sniper king hast du toll gemacht und wenn es gut ankommt warum nicht dann werden wir von dem mehr zeigen sprich er spielt er jetzt nicht nur das klaren anfragen und so weiter wenn ihn einer haben möchte für den zweiten charakter oder für hilfe wie in destiny wie auch immer der junge ist er kann wirklich alles in diesem spiel kennt sich auch ziemlich gut aus also kein ding kommt denn nicht weiter schreibt kommentare ich leite das gern weiter und ja kommt den destiny nicht weiter geht es so wie euch euch so wie mir nicht verzagen dann geht alles gut ich wünsche euch viel spaß haut rein chau euer wuhki ich bin eine zonerete ja ich bin meine zonen unter kontrolle Total Kontrolle. Gute Arbeit. Zone B ist sicher. Zone C verloren. Feier hat Zone C eingenommen. Wir haben Zone C neutralisiert. Wir haben Zone C eingenommen. Wir haben alle Zonen erobert. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Zone A. Zone C verloren. Schwere Munition kommt. Feier hat Zone C eingenommen. Das schwere Munition. Zone A neutralisiert. Zone C neutralisiert. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Zone C ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Ihr habt es fast geschafft. Zone B ist sicher. Ihr habt alle Zonen erobert. Ein hart erkämpfter Sieghüter. Quiuer Mark. Zu dem ... Minde ein slipped. Das schwere Betr neighborhoods. Das schwere Betracht gegen Agreement. Im hmmm des humanos bringt ceilingkeufe. 6 أ Mal. Schvenir zu klein machen. zung unterwegs. rados Untertitelung des ZDF, 2020